Du studierst Germanistik in Göttingen und bist auf der Suche nach Digitalisaten von mittelalterlichen Büchern? Du interessierst Dich dafür, wie ein Text überliefert wurde, aber Du weißt nicht, wo Du überhaupt mit der Suche anfangen sollst? Dann bist Du hier richtig. In diesem Video stellen wir von der Mittelalter-Germanistik Dir den Handschriftenzensus vor. Das ist eine digitale Datenbank, die eine wichtige Anlaufstelle für Deine Suche nach der Überlieferung von mittelalterlichen Texten sein kann. Der an der Universität Marburg erarbeitete Handschriftenzensus geht, wie der Name schon sagt, auf die handschriftliche Überlieferung ein. Das Projekt hat zum Ziel, alle handschriftlichen Überlieferungszeugnisse deutschsprachiger Texte vom 8. bis zum 16. Jahrhundert zu verzeichnen. Außerdem werden einschlägige Editionen und Textausgaben angeführt. Damit kann Dir der Handschriftenzensus also helfen, wenn Du auf der Suche nach gedruckten Editionen in der Bibliothek bist. Zwar sind nicht alle mittelalterlichen Texte ediert, aber der Handschriftenzensus verlinkt auch aktuelle Editionsprojekte. So kannst Du nachvollziehen, welcher Text demnächst in einer Ausgabe erscheint. Auch deshalb ist der Handschriftenzensus kein abgeschlossenes Projekt und wird laufend aktualisiert. Schauen wir uns ein Beispiel an. Die Goldene Schmiede von Konrad von Würzburg. Dieser Text ist ein Lobgedicht auf die Jungfrau und Gottesmutter Maria. Auf der Startseite des Handschriftenzensus findest Du unter Verzeichnissen den Link Autoren. Weil der Verfasser unseres Textes namentlich bekannt ist, kannst Du hier direkt nach Konrad von Würzburg suchen. Wenn Du Dich schon einmal mit Konrad beschäftigt hast, wird Dir in der jetzt erscheinenden Auflistung seiner Werke vielleicht auffallen, dass hier ein wichtiger Text fehlt. Konrads Roman Engelhardt ist nicht verzeichnet. Aber das ist kein Fehler. Dieser Text wurde zwar im 13. Jahrhundert verfasst, aber er ist nur in einem frühneuzeitlichen Druck überliefert. Weil es keine handschriftliche Überlieferung gibt, finden wir den Engelhardt also auch nicht im Handschriftenzensus. Aber zurück zu unserem Beispieltext. Die Goldene Schmiede ist nämlich im Gegensatz zum Engelhardt in etlichen Handschriften überliefert. Wenn Du auf den Eintrag zur Goldenen Schmiede klickst, siehst Du direkt unterhalb des Werktitels einen Verweis auf den entsprechenden Artikel im Verfasserlexikon. So weißt Du gleich, wo Du weitere Informationen zum Text finden kannst. Darunter lässt sich dann mit einem Blick feststellen, dass die Goldene Schmiede breit überliefert ist. Denn es werden 41 mittelalterliche Handschriften aufgelistet. Jeder einzelne Textzeuge wird mit einem Kästchen markiert. Das gibt an, ob es sich um eine vollständige oder um eine fragmentarische Überlieferung handelt. Bei der Nennung der einzelnen Handschriften wird immer zuerst der geografische Ort angeführt. Also zum Beispiel München. Dann folgt die bewahrende Institution. Zum Beispiel die Bayerische Staatsbibliothek. Zuletzt wird die Signatur der jeweiligen Handschrift angegeben. Also das eindeutige Kennzeichen, dass eine Handschrift von ihrer bewahrenden Institution gegeben wurde. Um einen Eindruck von der Überlieferung der Goldenen Schmiede zu erhalten, schauen wir uns ein paar Textzeugen an. Die zuerst genannte Handschrift befindet sich in Alba Iulia in Rumänien. Der Klick auf diese Handschrift führt Dich zu einer Beschreibung, die weitere Informationen bereitstellt. Etwa wie viele Blätter die Handschrift hat, auf welchem Material sie geschrieben ist und welche weiteren Texte darin zu finden sind. Am Ende des Eintrags wird außerdem Forschungsliteratur zur Handschrift aufgelistet. Über den Punkt Abbildung gelangst Du direkt zum Digital Faximile in der rumänischen Bibliothek. Die Thumbnails der einzelnen Seiten werden sichtbar, wenn Du auf Faximile klickst. Um Konrads Text in dieser Handschrift zu finden, ist es aber wichtig zu bemerken, dass die Handschrift eine Sammelhandschrift ist. Sie überliefert also mehrere Texte. Der Handschriftenzensus gibt Dir aber zum Glück ganz genau an, wo Du Konrads Marienlob finden kannst. Auf Blatt 114. Die Abkürzung RB markiert dabei, dass der Text auf der Vorderseite von Blatt 114 in der zweiten Spalte beginnt. Über die nummerierte Thumbnail-Übersicht kannst Du schon ungefähr erkennen, wo sich Blatt 114 in der Handschrift befindet. Aber Vorsicht! Die Nummerierung der Bilddateien weicht hier leicht von der Blattzählung ab. Darum achtest Du im Digitalisat jetzt auf die kleine Ziffer in der oberen rechten Seite. Sobald Du den Anfang von Konrads Text gefunden hast, fällt Dir bestimmt gleich die auffällig gestaltete H-Initiale ins Auge. Als nächstes schauen wir uns eine Handschrift an, die sich in der Bibliotheka Budmiriana bei Genf in der Schweiz befindet. In dieser Handschrift ist Konrads Marienpreis gleich der allererste Text. Mit einer prächtigen E-Initiale wird hier der Text eröffnet. Dank der hohen Auflösung dieses Digitalisats kannst Du an den Text heranzoomen und so schon bestimmt viele Worte lesen. Diese Verse machen deutlich, warum der Text Goldene Schmiede genannt wird. Konrad will in der Schmiede seines Herzens ein Lob aus Gold schmelzen, um Maria zu ehren. Zuletzt werfen wir einen Blick auf eine Handschrift in der Staatsbibliothek München. Diese Sammelhandschrift mit der Signatur CGM 9489 überliefert zahlreiche Texte, in denen es um Maria geht. Konrads Marienpreis findest Du darin ab Blatt 168. Wieder brauchst Du nur wenige Klicks, bis Du auch in dieser Handschrift die Eröffnungsinitiale findest. Bestimmt sind Dir in den drei Handschriften schon viele Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Layout aufgefallen. Auch der Überlieferungskontext ist jeweils verschieden. Im ersten Beispiel ist Konrads Text gemeinsam mit biblischen und legendarischen Texten überliefert. Im zweiten Beispiel ist er in eine Sammlung der Kleinepik integriert und im dritten in eine Handschrift, die sich auf Maria fokussiert. Genau um solche Beobachtungen weiter zu verfolgen, sind die Links auf Digitalisate im Handschriftenzensus der ideale Startpunkt. Es ist aber wichtig zu wissen, dass der Handschriftenzensus keine Vollständigkeit bieten kann. Die Digitalisierung von Handschriften ist kostenintensiv und zeitaufwendig. Darum können noch nicht für alle Handschriften Digitalfaximiles verlinkt werden. Und manchmal dauert es eben auch eine Weile, bis neue Handschriftenfunde und aktuelle Forschungsliteratur eingepflegt sind. Für die bekannteren mittelhochdeutschen Texte, denen Du in Deinen ersten Semestern hauptsächlich begegnest, ist der Handschriftenzensus aber eine wirklich wichtige Recherchegrundlage. Mit seiner Hilfe kannst Du Dich kostenlos und ohne Hindernisse auf Handschriftenentdeckungstour begeben und digital in mittelalterlichen Büchern blättern, die sich, wie in unserem Beispiel, in Rumänien, in der Schweiz oder in Süddeutschland befinden.